Hallo und herzlich Willkommen zu der dritten Folge Minecraft Survival. Wir sind gerade beim Hausbau und ich werde jetzt einfach weitermachen. Wie wir sehen, sind wir hier noch an einer Insel, damit uns keine Mobs besuchen kommen. Ich mag keinen Besuch. Und ja, erstmal ein paar Bäume fällen. Da ich noch keine Kohle gefunden habe, werde ich wahrscheinlich meinen Ofen auch mit Holz befeuern müssen. Leider. Schneller, 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 schneller. Und damit der Hausbau nicht zu langweilig für euch wird, gibt es jetzt eine kleine Timelapse. Musik 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 Hier we go 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 Hier we go